Hey Leute, was geht? Dave von iDesignish hier. Lang ist es her, dass ich mal was gemacht habe, ein Tutorial und jetzt ist es doch wieder mal soweit. Ich bin etwas unmotiviert in der Zeit gewesen, aber mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ihr könnt auf jeden Fall Tutorials gerne in Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu sehen. Auf jeden Fall war ich jetzt mal die Zeit auf Tutorialsuche, habe was gefunden von Grayskull Gorilla, so ein Random Tutorial, wie er denn mit Displacements rumhantiert und das fand ich ganz cool. Vor allem, dass er so einen Unterschied erklärt hat zwischen Bumps, also Relerve und Displacements. Deswegen zeige ich es kurz mal. Das heißt, wir haben jetzt eine Kugel uns erstellt, machen wir uns ein neues Material. So, jetzt haben wir das. Packen wir erst mal das Material hier rauf. Jetzt haben wir das Renerve. Im englischen Bump, das ist ja jetzt so, dass dort beispielsweise, wenn man jetzt ein neues macht, so Kräuse entstehen. Heißt, wenn wir es rendern, entsteht sowas hier. Allerdings ist das eher ein bisschen fake. Das heißt, die eigentliche Form wird dann auch beibehalten. Auch wenn ich das jetzt hier aufdrehe und ich das rendere, wird es halt stärker, aber prinzipiell bleibt es immer noch dasselbe. Es sieht nur so aus, als ob es anders wäre. Und wie wir das jetzt ein richtiges Relerve kriegen, das heißt, eine richtige Form rein, gehen wir hier auf Displacement. Machen wir aber Relerve aus. Und bei Displacement gehen wir hier auf Textur. Auf Noise. Jetzt sehen wir hier schon, verärzt sich das ziemlich enorm. Momentan sehen wir aber hier nichts, wenn wir es rendern, nehmen wir noch dasselbe. Und zwar, das liegt daran, dass wir hier die Subpolygone, also das heißt die Unterpolygone, das Displacement. Displacement heißt also so, na, dass man das heilt so ein bisschen. Und da klicken wir mal rauf. Und wenn wir es rendern, sehen wir immer noch nichts. Und zwar, das ist daran, dass das Displacement-Ding nur an sich die Polygone zerteilt. Also das heißt nicht das Objekt an sich selber. Deshalb gehen wir bei der Kugel hier rauf, drücken C, damit wir das halt konvertiert haben. Und wenn wir es rendern, sehen wir schon mal, es tut sich was. Jetzt können wir hier halt mal rumspielen. Bei der maximalen Höhe beispielsweise seht ihr halt, dass sich da was verändert. Genauso, wenn wir jetzt hier in der Stärke mal rumspielen. Ja, nehmen wir mal sowas hier. Seht ihr eigentlich schon in der Vorschau, dass sich das alles verändert. So, und man kann mit echt coole Sachen machen, deswegen machen wir uns erstmal so einen kleinen Lichtroom, weil es sieht zwar so schon cool aus, aber mit Licht wird es noch alles ganz schön sexy. Deshalb kopieren wir uns das mit SDGC. Wir gehen hier mal auf den Content Browser. Ihr könnt euch auch selbst was erstellen. Ich nehme jetzt mal einfach ein Lichtkit von Grayskill Guerrilla Studio und wo haben wir es? Da. Nehmen wir das. Ziehen wir das mal hier rein. Und wie ihr sehen könnt, hier haben wir das Lichtkit. Ihr könnt es auch mit Ebenen machen oder mit Scheiben und so weiter. Aber um das sehr schnell zu machen, habe ich hier mal sowas genommen. Ziehen wir das mal etwas weiter runter. Und verändern wir mal ganz kurz die Farbe. Das heißt, wir gehen hier auf. Verändern wir mal kurz mal die Farbe. Auf leichtes... Ja, sowas hier. Sollen wir mal machen. Und wir wollen erstmal auch die Farbe verändern. Ups. Also die Farbe von der Kugel hier. Deshalb machen wir einfach mal ein cooles Schwarz. Ups. Na, da haben wir es. Schwarz. Und bei Spiegelung machen wir... Ja, Quatsch. Nix laden. Machen wir Textur. Frenel. Na, ein Frenel. So, du, du, du. Jetzt können wir es mal rendern. Und wie ihr sehen könnt, es sieht schon mal nicht schlecht aus. Auf jeden Fall. Jetzt machen wir uns nochmal ein Hintergrund. Und zwar Licht. Machen wir uns einen Vordergrund. Na, wo hatten wir es? Hintergrund. Und... Und... Machen wir uns eine Textur. Machen wir die mal... Ja, Farbverlauf. Farbverlauf. Gehen wir einen Farbverlauf rein. Machen wir kreisförmig. Damit so ein... Und das machen wir das Innere machen wir weiß. Und das Außere machen wir grau. So, dass es so eine... So, wie so ein Vignette ist. Bisschen grau. Gucken wir mal. Und das ziehen wir dann hier auf den Hintergrund. Na, hab ich das falsch erwischt? Ne. Wenn wir das rendern... Ja, okay. Das ist jetzt weiß. Ich denke mal... Ja, machen wir ein bisschen mehr. Ähm, die Vignette machen wir ein bisschen grauer. Ja, ich denke so ist okay. Und dann machen wir uns noch einen... Na, wollen wir es? Also, Umgebung. Da ziehen wir uns dann... Könnte irgendwas nehmen. Ich nehme jetzt ein HD1-A-Ding. Und... Muss ich jetzt mal suchen. Mh... Schon später. Ne, wo haben wir es? Ich glaube Bodypane. Ne, Broadcast, glaube ich. Ressources. Dann stoppe ich mal Materialien, glaube ich. Ne, okay. Ich stoppe es mal ganz kurz. Du suchst einen Moment. So, hast du doch gefunden. Und zwar, ihr geht hier auf... Prime. Und dann auf... Materials. Und dann auf HDRI. Da sucht euch irgendeine Schicken aus. Ich habe jetzt mal das Wald-Ding genommen. Müsste eigentlich ab R12 solltet ihr das selber haben. Und klickt ihr halt da, klickt drauf, dann habt ihr es hier. Und machen wir es so. Und... Ihr solltet euch kein... Ähm... Na hier... Ein Himmel stellen und keine Umgebung. Das hatte ich gerade... verwechselt. Müllmengen machen mit Himmel, weil der Himmel, der covert dann alles halt. Macht halt alles überdeckt, ja. Dort packen wir dann unser... Image drauf. Und... Machen wir... Rechtsklick drauf. Äh... Super, Render. Nicht sichtbar für die Kamera. Also machen wir aus. Und wenn wir es rendern, habt ihr jetzt sowas abgespaced. Das ist ziemlich cool. So ein Wabbeln. Aber... Ihr könnt natürlich noch andere Sachen mitmachen. Ich hab da erstmal sowas hier. Jetzt könnt ihr hier drauf gehen. Also nochmal auf die Textur von dem Bubble hier. Displacement gehen. Und in Noise rein. Und ihr könnt jetzt beispielsweise hier bei Noise... Habt ihr hier in der Ecke so ein Pfeil. Den drückt da drauf. Und dann könnt ihr hier verschiedene Noise-Filter auswählen. Also ihr könnt es auch hier machen. Allerdings hier habt ihr denn die Bilder zu. Und... Jetzt könnt ihr mal damit rumspielen. Ihr könnt beispielsweise mal dieses Mosaic nehmen. Und... Rendern wir mal. Und dann sieht das so aus. Ziemlich cool. Meiner Meinung nach. Was ihr auch noch zusätzlich machen könnt, ist noch... die globale Größe verändern. Machen wir mal auf 200. Und dann verändert sich halt die Größe. Und habt ihr verschiedene Abstände und so weiter. Ziemlich cool. Dann machen wir was anderes. Ähm... Da hatte ich was gefunden gehabt. Das hier. Ja, war das das? Nee. Also ich spiele damit auch noch ab und zu ein bisschen rum. Na, war der nicht. Wo war der? Ohm... Na, okay, gut. Nehmen wir den halt. Schauen wir mal, was passiert. Ja, jetzt habt ihr beispielsweise sowas hier. Also ziemlich cool. Wie so einen kleinen Klumpen. Ihr könnt auch ein anderes Image nehmen. Also... Weil das, was ihr seht, diese grünen... Stellen, nehm ich mal, ist halt die Belichtung von dem Image hier. Das könnt ihr selbstverständlich noch ändern, wie ihr wollt. Aber, ich wollte dir mal gesagt haben und gezeigt haben, dass es echt cool ist sowas. Könnt ihr mal mit rumspielen und gucken, wie es ist. Ähm... Gucken wir mal. Ja gut, das ist nicht so spannend. Ähm... Ja, also Musik... Seht ihr halt, okay, das ist jetzt fast so wie Ball. Deshalb macht einfach die Kruse, schraubt da runter. Machen wir mal auf 100. Und jetzt seht ihr so schon Musik. Ihr könnt auch mal auf 20 machen. Und dann ist halt mehr... Gibt's halt mehr Neues. Dann machen wir mal... Hatte eigentlich was cooles gefunden gehabt. Ich hab nur jetzt wieder, denke ich mal, verpeilt, wo das genau ist. Aber gut, ihr könnt ihr einfach rumspielen. Also ich soll euch überlassen. Na, und... Ähm... Was sind wir da? Genau, nehmen wir sowas mal. So stacheln. Dann habt das natürlich ganz abgespaced. Ganz viele verschiedene stacheln. Und ihr könnt es natürlich auch noch so mit... Da so ein bisschen wie Knetmasse ist. Oder irgendwelche andere Masse. Könnt ihr beispielsweise irgendwas nehmen. Äh... So, jetzt habt ihr da... Sowas hier, so ein Wabbel. Und dann könnt ihr das auch ganz normal... Ähm... Keyframe. Das heißt, ihr habt den... Keyframe 0. Und ihr geht beispielsweise mal auf... globale Größe. Also erst der G draufdrücken. Das ist rot. Und dann geht ihr mal auf... 550 beispielsweise. Und stellt sie mal auf 200. Und wieder rechte Maus. Das ist der Keyframe. Das ist wieder rot. Und jetzt... Also könnt ihr nichts sehen. Aber wenn ihr jetzt mal durchspielt. Dann verändern sich die Werte halt. Dann werden die Werte größer. Und wenn ihr mal das rendert hier. Sieht es erst so aus. Und dann beispielsweise... Geben wir hier mal auf... Frame... Ja... 50. Und dann... Das ist halt doppelt. So groß. Dann habt ihr sowas hier. Ihr könnt auch... Den neues Filter an sich. Keyframe. Bringt jetzt nichts euch da zu zeigen. Auf jeden Fall... Ähm... Macht ihr halt dasselbe wie hier unten auch. Das heißt, ihr wählt euer neues aus. Geht dann auf Keyframe 0. Zum Beispiel. SDG... Maustaste. So, dass es rot ist. Und dann wählt ihr euch den... Filter aus. Also geht erstmal auf die... Da, wo ihr hinwollt. Wählt euch den... Den Filter aus. Und drückt wieder SDG. Dass es rot ist. Und dann habt ihr das so weit gekeyframed. Ja, das wollt ihr euch nochmal gezeigt haben. Ist ziemlich cool. Und ja. Also könnt ihr wirklich gute Sachen machen. Vor allem wenn ihr es keyframed könnt. Dann könnt ihr es so machen. Als so Bubble. So irgendwie... Ja... Alien irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wollte ich mal gezeigt haben. Vielleicht gefällt es euch ja. Und ansonsten würde ich sagen. Gebt mir einen Daumen hoch. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, kopiere mal den rein. Und... Sina dann noch richtig... Ach, ja, ja. Weil er speichern will. Wohinge ich speichern will es mal. Ja. Gut. Gut. Gut.